Ist das hier zu groß die Foundation? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir das so vorgestellt, dass wir das Haus eventuell später noch eine Etage höher setzen können. Ja klar. Und dass wir hier den äußersten Bereich quasi eine kleine Veranda haben. Ja und dann da irgendwie eine Brücke oder sowas bauen könnten zum Turm hier rüber, ne? Wie so eine Brücke? Ich will eine Zipline bauen. Ja, das können wir auch machen, aber kann man eine Zipline in beide Richtungen rutschen? Deswegen müssen wir halt von beiden Seiten einen Turm haben. Das geht leider nicht. Wie wär's denn, wenn wir da wo du jetzt stehst, machen wir einen Turm und auf der anderen Seite also von dir aus rechts machen wir auch einen Turm. Ja. Ein Turm alleine könnte sein, dass dir nicht reicht, ne? Aber wenn du so eine Zipline runterrutsst, je nachdem wie viel Power, fliegst du dahinter noch ein Stück weiter. Das heißt, wir brauchen schon quasi so eine kleine Landebar. Ja, könnten wir ja machen. Können wir die ganze Veranda nutzen, ja? Ne, lass uns das nicht direkt am Haus machen, lass uns auf eine extra Plattform bauen und dann die mit einer Brücke verbinden. Zum Haus. Ja gut, dann lass aber, ich würd sagen, dass wir erstmal hier einen Turm bauen oder sowas und dass wir einen provisorischen Weg haben. Einen provisorischen Weg haben. Ja, wobei, na, ich weiß nicht. Ich komm mal rüber und dann dann irgendwie das Boot ab. Ja. Äh, Custom Foundation. Ich will nur hier irgendwo gleich die Plattform setzen für, ähm, Ice Jump. Ja. Genau dafür. Kann man das damit auch machen? Nein, das ist nichts. Du musst immer ein vom Boot ausmachen. Ja, unser Holzwagen. Ja. Jaaaa. Ach ne, jetzt muss ich... Ah, nach hinten ist doof. Na gut, vielleicht mach ich auch erstmal nur die ganze Abonation, bevor ich hier noch weiter rumbaue. Kannst du auch machen? Ne, ich baue den Ding jetzt hier noch in drei rein. Da laufen, äh, die anderen Tale am Strand entlang da hinten. So, ich hoffe, das ist gerade. Ja, ne. Ich baue das gerade? Ja. Ja. Ja, ungefähr. Dann bauen wir das von da aus, äh, ein Tum hoch, wo man dann jeweils auch festeankommt. Genau. Ja, okay. Dann lassen wir jetzt, äh, das Boot nehmen und holen da hinten, bei den ganzen Wagen. Ja, Moment. Ich schwimme. Ich steuere mal nochmal das scheiß Boot. Ey, hol nicht ab! Ne, links, äh, schimpf links und rechts, klick mach mal das nochmal. Äh, okay, so. Warte mal. Ja. Hallo, ah ja, schimpf. Entschuldigung, so war das. Äh, ja, fahr du erstmal die kleine Kurve, dann mach ich nochmal die Anmoderation. Jo. Hallo und wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, The Forest. Ähm, ja, wie man sieht, die Plattform, die ist fertig. Hat man ja schon in der letzten Aufnahme erreicht. Also in der letzten Folge. Ähm, das Boot, wer ganz genau hinguckt, wird sehen, dass das Boot ein wenig anders aussieht. Und zwar ist aus irgendeinem Grund, warum auch immer, das Boot in alle Einzelzahlen zerfallen. Und ich hoffe, man kann es nachvollziehen. Wir hatten gar keinen Bock, alles wieder neu aufzubauen. Deswegen haben wir das Boot dann eben mal schnell zusammengebaut. Sehr schnell. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, warte, 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 ja doch, frohes Neujahr. Frohes Neujahr. Genau, frohes Neujahr. Das ist mega strange, wir leben jetzt gerade noch im, äh, Oktober, aber auch, ne? Ja, Oktober. 27. Oktober nehmen wir jetzt auf fürs Neujahr. Hier, Hofer, äh, Hofer, äh, Hofer produziert. Ja, wir haben mega viel produziert. Und da wollten wir auch ein bisschen was zu ändern. Und zwar, wenn wir so eine riesen Plattform bauen, die letztens, werden wir nicht in Zukunft den kompletten Bauern draufnehmen. Wir sind gefühlt 20 Folgen halt, ähm, Bäume fällen und Holz von ANAP bringen. Und das muss sich keiner unbedingt antun. Und deswegen beginnt diese Folge, indem wir eine neue Plattform bauen. Mit Holz. Genau. Aber, die sind ja ganz geile nur. Ja, da brauchen wir trotzdem 88 Bäume Stämme für. Super. Nein, da ist das andere auch noch dabei. Was denn? Ach ja, stimmt. Da sind die, äh, Wände noch dabei. Genau. Und los geht's. Na? Weißt du warum? Irgendwie kommt meiner... Kommt hinter mir aus, ist so gut klar. Baum fällt! Ach, kacke. So. So. Ungewohnt, das spielst du zu spielen. Ich bin nicht mehr so drin. Nach der letzten langen Session. Hätte ich gesagt, keine Ahnung wie lange wir aufgenommen haben. Vor allem ein paar Folgen. Ähm. Warte mal. Da noch ein bisschen aufsammeln. Ist denn jetzt die Ada? Ähm. Hast du zufälligerweise ne Uhr? Ne Uhr? Ähm. Nein. Ach ja. Und wer jetzt auch mein Inventar aus der letzten Folge noch kennt. Ich hab hier ganz links... Da hab ich hier so ein Katana liegen, ne? Also, was ich jetzt dazu sagen soll, das weiß ich auch nicht. Ähm. Ja, ich wollte mal das Katana sehen, wie es aussieht. Wie stark das Ding ist. Und... Ja. Jetzt krieg ich nicht mehr weg. Es geht einfach nicht mehr aus dem Inventar raus. Aber du nutzt es ja nicht. Ich nutze das nicht. Ich nutze das, dass er es offiziell eingesammelt hat. Damit wir hier auch nicht durch die Schieße vorankommen. Ja, aber das ehrlich gesagt mit dem Boot. Und die Plattform ist ja auch eingestürzt. offline. War echt kacke. Ich hatte echt gar keinen Bock mehr alles wieder neu zu setzen. Eben. Aber jetzt haben wir es ja alles geschafft. Jetzt können wir in Ruhe weiterbauen. Ja, ja. Und dann kann man Bombschimpfe eigentlich jetzt auch mittlerweile entfernen? Ja, konnte sie aber letztes Mal auch schon. Ja. 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 Weil das Windrauschen war ein bisschen laut. Was? Nein, ich war doch nicht. Ja. 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 Regenbogen. Ja. Regenbogen. Ja. Ach, stimmt. Ähm. Regenbogen. Ja, das ist die Drache. Ja. Mitbekommen, dass ich gerade schon wieder dreimal abgeworfen habe. Was? Ne, hast du nicht getroffen? Doch, dreimal. Nein. Nein. Habe ich jetzt noch kein Damage an? Ja, besser ist es für dich, ne? Besser ist es. Awe. Was, die baust du mir hin? Hm, war schon wieder weggepackt. Irgendwann speichern. Ich liebe... Irgendwie ist ein Hausmoto mit dem Verband, glaube ich. Ich habe ein bisschen zum Gefühl, Russ. das ist Prozent es soll jetzt ich habe eben auch was gesagt dass ich mich gerade auf Brust-Modus also nicht so nicht vorderein war vor Ort nicht alles reingelegt oder als wir wissen auch keine einzigen das war schon mal kurz der bisher heißt liebten auf WhatsApp ich habe gespeichert die hautstimme sind nicht da sicher okay also er ist anscheinend voll speicher du mal also ich kann ja auch nicht einladen also ich speicher auch nicht da warte mal dass wir beide gleichzeitig speichern okay eins zwei drei nein hä oh mann als ob was machen wir jetzt warte mal wir haben gerade gespeichert ich schlag die welt mal neu machen wir jetzt anstatt ist halt die frage wie wir das holz rüberkriegen wollen ja wir dürfen die wagen darüber schieben ja über das wasser oder was die schieben wir wieder aufs boot drauf aufs boot rauf wollen wir dann vorher vielleicht mal die holzdinger einreißen wer das macht um die immer anders recht also an das hintere ruder ja ja und fahr damit mal näher aufs land drauf bis wir zum stein irgendwie kommst du hier auf den stein drauf irgendwie der stein bringt ja nichts bis dahin kommst du nicht durch mit dem boot der stammt ich werde zu dem bei den geplanten aber ich habe es die rückwärtsgang und warte und warte und warte ja ich gebe Gas was das ja jetzt machen wir doch hier er wurde deutlich geschehen und darauf geht es aber nur mit dem einen aber weil nein ja passt doch ja super genau deswegen lauf rüber ein moment bitte ja es wird ein bisschen sicherer abstellen aber natürlich schon den nächsten wagen wollen wir die wagen nicht voll machen bevor wir uns nach erfüllen gehen und wird zeit verlieren wo willst du das hinfahren wir fahren auf die andere waldseite ok ok ja probieren wir unser glück ja das schaffen wir haben wir haben wir schon du musst den anderen im Blick halten ich behalte nur ein er hat den blauen ok geht es vorwärts einfach ganz in Ruhe Gas geben genau wir fahren automatisch nach linksüber warum auch immer ja warum auch immer wir haben den leichten linksdrall naja leichtes hart ja wieder links rüber und weiter warum haben wir ein bisschen der Schlagseite oder so oh einfach kurz niesen was was ist los ich musste niesen ach so ja ich glaube ich glaube auch da laufen links ja kann ich mal die walken auf uns ok stopp ne oh ähm einfach hinhoffen die sehen uns nicht wie hocken man sich nochmal hin Ok alles safe Oh die hocken da vorne Ja Alter Hast doch gut gerade weggekickt Ach was Alles locker blockig Gemeistert hier Und es wird Gas geben Alles Bordring vor dem Lagerfeuer hin Warte mal Komm schon Nein Feiert Oh Mann ey Hast du noch irgendwie Sticks oder sowas und Steine? Ja Dann mach mal das Lagerfeuer, dass wir hier was braten können Ein bisschen Zeug zum Braten Oh nee Was los? Ich glaube ich packe ein bisschen fest Im Boot? Ja Warte wir regeln das Ok Juhuuu Das ist kein Problem Ah Nein warte Wir müssen das Lagerfeuer hier machen Mir fehlt ein Stick Oh nein Ein Stick Toll Oh ein Vogel Warte Ja Zehn Meter Geil Toll Hast du fein gemacht Gern geschehen Mensch Der läuft echt Der läuft echt für die Kannibale Oh Da sind noch keine Auch rechts von uns Die Freunde weiß ich wäre echt gewesen Nimm mal diese doofen Kannibale Naja Ja Schon da ist einer Dann kommt der Mario und der einen tötet Da sind zwei Da sind zwei Auszubrecherpoger Hehehe Hast du gemerkt? Ach du Arschloch Wollen wir mal machen Wollen wir mal machen Wollen wir mal durch Durst Ja Durst Habe ich gerade gestillt Hier im Lagerfeuer ich mich fertig So Dann före ich da mein Man Chicken drauf Ah Ah Aua Aua So Lagerfeuer hat mir weh getan Lagerfeuer hat mir weh getan Kann man schon essen? Ah Machst du mir Ja danke Haben wir noch Wasser bei den Schildkröten auf dem Boot? Ähm Weiß nicht Kann man jetzt essen? Das ist Fleisch schlecht Ah das dauert noch ein bisschen Brand Oder hier das Holz einsammeln Ja wir haben noch Wasser hier Okay Ich hab einen Aerobo in den Schildkröten bekommen Äh Klima-Change Ah Irgendein Klimafeländer Ich will keinen Klimafeländer holen Ich will keinen Klimafeländer holen Achso Weil wir so viele Bäume schon gefällt haben Jo Ja Es sind halt nicht so die Leute die auf sich mit achten Es war alles so ne Es war alles so gelogen Kriegsbesuch Ja Kriegsbesuch Ach 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 Komm her! Komm her! Komm her!